Auf dem Heiligen Evangelium nach Lukas In jener Zeit begann Jesus in der Synagoge in Nazareth darzulegen. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Alle stimmten ihm zu. Sie staunten über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen, und sagten, ist das nicht Josefs Sohn? Da entgegnete er ihnen, sicher werdet ihr mir als Sprichwort vorhalten. Arzt, heile dich selbst. Wenn du in Kafarnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deine Heimat. Und er setzte hinzu, Amen, ich sage euch, kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. Wahrhaftig, das sage ich euch, in Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarebta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha. Aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Sierer nahmen. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch sie hindurch und ging weg. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir, Christus! Norbert Helfer